Hi, schön dass ihr wieder reinschaut bei 3PC. Heute bei uns der mobile Schreibtisch für euer Sofa oder eure Couch in eurem Wohnzimmer. Das ist der NerdyTech Couchmaster Saikun 2 in der Black Edition. Wie gesagt, mobiles Gaming oder mobiles Arbeiten bequem auf dem Sofa. Gibt es für eine unverbindliche Preisempfehlung von 179 Euro. Was das Teil so kann und wie es uns gefallen hat, das schauen wir uns jetzt heute im Video für euch genauer an. Der NerdyTech Couchmaster wird dann in einer mittelgroßen Verpackung ausgeliefert. Darin enthalten natürlich eure Arbeitsplatte und die beiden Polster hier für links und rechts. Wir haben optional eine Maustasche dabei, die ihr hier dran kleben könnt, auch via Klettverschluss, um die Maus zu versorgen, wenn ihr sie gerade nicht benötigen solltet. Wir haben dann für die USB-Ports, die hier in diesem Tischchen verbaut sind, ein entsprechendes 5 Meter langes Kabel für Verlängerung zu eurem PC oder eurem Laptop. Und auch noch ein 80 Zentimeter langes Adapterkabel, um das intern dann anzuschließen. Außerdem dabei ein externes Netzteil, ganz normal für die Steckdose. Das ist interessant, wenn ihr hier Geräte laden möchtet, Tablet, Smartphone und so weiter und ihr eine maximale Leistung von 900 mAh überschreitet, dann solltet ihr nämlich noch zu dem externen Netzteil greifen und nicht nur auf den eigentlichen USB-Stecker bei eurem PC setzen. Zudem gibt es einen ganzen Berg an kleineren Handbüchern dazu. Selbstklebende Klettverschlüsse für zum Beispiel euer Mauspad, dass das da nicht verrutscht. Auch das ist optional, ob ihr das nutzen möchtet. Und auch noch dabei eine kleine Ersatzschraube für die Öffnungen auf der Rückseite. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Couchmaster mal genauer an. Ja, prinzipiell ist es ein mobiler Schreibtisch, den ihr kinderleicht aufbauen könnt. Einfach die beiden Polster hier auf euer Sofa gelegt, Platte drauf und schon könnt ihr quasi loslegen. Gar kein Problem. Die beiden Polster hier sind mit Kaltschaum gefüttert. Das ist schon mal sehr cool, weil ihr könnt hier zum Beispiel auch zweckentfremden, einfach als Armlehne, um ein bisschen Sport oder Übungen zu machen oder eben auch einfach für euren Couchmaster. Hauptaugenmerk dann natürlich ganz klar die Arbeitsplatte hier. Die ist aus schwarzem Kunststoff gefertigt, 82 cm lang und circa 33 cm breit. Habt ihr also ordentlich Platz für Tastatur und Maus. Besonderheit ist, hier unten im unteren Bereich haben wir Kunstleder eingearbeitet. Das dient quasi ans Handballenauflager, wenn ihr die Maus benutzt. Sowohl für rechts als auch für Linkshändler das Ganze geeignet. Hier oben haben wir zwei Kabeldurchführungen, wie wir nachher im Inneren sehen werden, um die Kabel sauber zu verlegen. Ihr könnt da ein bisschen die Länge anpassen, je nachdem, was ihr natürlich per Peripherie benutzt. Und im mittleren Part oben haben wir dann zwei USB-Ports und auf dem rechten mit dem kleinen Blitzchen drauf. Das ist ein Schnellladeport, also interessant für euch, Wenn ihr beim Gaming das Smartphone oder das Tablet oder sonstige mobile Endgeräte nutzen möchtet, könnt ihr die dann da anstecken. Als entsprechend auch Laden, wie angesprochen, über einer Leistung von 900 mAh solltet ihr dann das externe Netzteil hier hinzuziehen. Thema Verbindungskabel bzw. Stromkabel. Nicht nur, dass es mit 5 Metern mehr als ausreichend lang ist, um den Couchmaster mit eurem PC zu verbinden, sondern bei Nerditech hat man sich natürlich Gedanken dazu gemacht, wie kann ich Kabelsalat noch möglichst gering halten. Um ein Anschlusskabel kommt ihr natürlich nicht herum. Allerdings hat man bei diesem Kabel dann die USB als auch die externe Netzteilleitung kombiniert zu einem Kabel. Das ist auch eine sehr coole Sache und das ist auch hier natürlich am Stecker dann erkenntlich. Wie angesprochen, habt ihr im Lieferumfang eine Maustasche dabei. Damit habt ihr optional die Möglichkeit, die hier oder hierhin dann hinzukleben. Ihr könnt sie auch senkrecht zum Beispiel ans Polster dran machen, wenn euch das lieber. Also ich habe das ja auch mal ein bisschen ausprobiert. Da könnt ihr, wenn ihr die Maus nicht benutzt, die einfach reinpacken. Dann ist sie da sicher verstaut und ihr könnt sie quasi beim Couchmaster gleich dran lassen. Interessant an den Polstern zudem, wir haben dann auf der linken Seite von euch aus die rechte Seite zwei integrierte Taschen. Da könnt ihr zum Beispiel eure Games reinpacken, ein bisschen was zu trinken oder was ihr sonst eben benötigt. Sind sehr fest, halten sehr gut viele Sachen aus und sind auch ganz problemlos dann im Gamingbetrieb nutzbar. Äußerlich sind die beiden Polster mit Mikrofaser Kunstleder versehen das Ganze in schwarz gehalten. Hochwertig verarbeitet, sieht schick aus und fühlt sich auch sehr gut an, wenn man einfach da seine Arme drauf ablegt. Der Nerditec Couchmaster, der eigentliche Tisch, verfügt dann über insgesamt sechs USB-Buchsen, zwei auf der Oberseite und zwei jeweils in den Kammern innen. An die Kammern innen kommt ihr ran, wenn ihr die Platte einfach umdreht, die Schrauben löst und die Deckel einfach abnehmt. Die sind zudem noch mit kleinen Magneten fixiert. In der Kammer selbst habt ihr dann die Möglichkeit, eure Peripherie intern anzuschließen, die Kabellänge anzupassen, dass da oben auf dem eigentlichen Arbeitsplatz, wie es hier bei uns der Fall ist, nicht allzu viel Kabelsalat oben entsteht. Das Ganze funktioniert ganz problemlos und ihr habt auf jeder der beiden Seiten, wie angesprochen, zwei USB-Ports. Was schön gewesen wäre für mich jetzt einfach, Kabelmanagement technisch, das funktioniert zu 1A wie es ist, da gibt es nichts dran auszusetzen. Eine elegantere Lösung wäre jedoch gewesen, wenn man da einfach ein paar Schnellverschlüsse mit Klettverschlüsseln zum Beispiel integriert hätte, dann hätte man das Ganze einfach noch ein bisschen sauberer verlegen können und hätte das drin auch nicht so aufwickeln müssen. Ja, der Couchmaster an für sich ist ringsum hochwertig verarbeitet, sieht schick aus und lässt sich zudem auch kinderleicht zusammenbauen. Die eigentliche Platte wird einfach auf die beiden Polster draufgelegt und dann habt ihr es eigentlich auch schon geschafft und ihr könnt gleich loszocken. Was ihr beachten müsst, ihr solltet, bevor ihr die Platte so positioniert, wie ihr es haben möchtet, die erstmal auf der Rückseite mit euren diversen Peripheriesteckern bestücken, weil ihr kommt natürlich, wenn die jetzt so liegt, da auf die Unterseite relativ schwer dran, ist allerdings kein Hexenwerk. Wir haben dann im Idealfall zwischen den beiden Polstern unter dem Tisch Platz von 75 cm, das ist mehr als ausreichend, um sich da bequem auch auf das Sofa hinzusetzen, ist gar nicht so weit das Thema. Was ihr auch machen könnt, ihr könnt das Ganze natürlich nach euren Wünschen ein bisschen nach rechts oder links verschieben, somit könnt ihr auch den Abstand hier noch ein bisschen variieren, worauf ihr achten müsst, ist, dass die Platte immer noch einen sicheren Halt hat. Praxistechnisch das Ganze natürlich, es gibt verschiedene Varianten, ihr benutzt zum Beispiel kabellose Peripheriegeräte, dann braucht ihr nicht unbedingt das USB-Verlängerungskabel, um das ganze Teil mit eurem PC zu verbinden, dann könnt ihr das wirklich einfach nur drauflegen und gleich loslegen, wenn der Sender und Empfänger natürlich in einem gesunden Abstand zueinander sind. Setzt ihr auf kabelgebundene Peripherie, wie wir das jetzt hier bei uns zum Beispiel gemacht haben, dann ist es von Vorteil, wie angesprochen, wenn ihr im Umkreis von 5 Metern einen Laptop oder einen PC habt und je nachdem, was ihr daran noch laden wollt, auch noch eine zusätzliche Steckdose. Der Couchmaster ansonsten ist es natürlich nicht nur dafür geeignet, um zum Beispiel jetzt hier in eurem Wohnzimmer beliebte Spiele zu spielen, ganz bequem per Maus und Tastatur, sondern ihr könnt auch einen kleinen Laptop draufpacken, ein bisschen arbeiten oder vielleicht auch einfach das Ganze als klassischen Schreibtisch nutzen. Für das klassische Schreiben solltet ihr euch allerdings noch eine kleine Unterlage besorgen, weil es ist immerhin Couchmaster fürs Gaming, nicht explizit darauf ausgelegt, dass ihr da eure Memoiren schreibt. Also eine kleine Schreibunterlage ist hier sicher nicht fehl am Platz. Was im Test uns auch noch sehr gut gefallen hat, ist, wenn ihr Peripheriegerät mit Gummierung auf der Unterseite einsetzt, also zum Beispiel Mauspad und Tastatur, dann verrutscht da auch nichts. Auch wenn ihr zum Beispiel nicht auf die Klettverschlüsse setzen möchtet, die ihr hier beilegen, dass ihr das da wirklich fest fixieren könnt. So habt ihr vor allen Dingen den Bonus, ihr könnt es einfach wieder abnehmen, habt da keine Klettverschlüsse drauf und könnt somit auch ganz mit anderer Peripherie oder beim Kollegen das Ganze einfach problemlos nutzen. Was man praxisseitig noch beim Nerdy Tech Couchmaster anmerken kann, wenn ihr mal eine Pause machen möchtet, ihr müsst aufs WC, wollt zum Kühlschrank oder sonst was, ihr könnt einfach die gesamte Platte nach oben abheben. Alle Kabel, die ihr so für eure Peripherie benutzt, sind hier in diesem eigentlichen Tischblättchen drin. Ihr könnt das also einfach auf die Seite legen, ohne dass ihr Kabel-Latt hinterlasst und nachher genauso geschmeidig wieder euren Platz dann einnehmen. Bequem zocken auf dem Sofa, das war bis jetzt eher Konsolenspielern vorbehalten. Wenn man das mit dem PC machen wollte, musste man da auf eigene Lösungen setzen, ein Brettchen oder sonstige Halterungen, was meistens jetzt nicht sonderlich nutzerfreundlich war. Nerdy Tech hat mit dem Couchmaster Saikun 2 hier ein sehr interessantes Produkt im Portfolio, was genau das ermöglicht und zwar ganz ohne Stress, kinderleicht aufzubauen und hochwertig verarbeitet. Da steht eure Zockersession mit Maus und Tastatur im Wohnzimmer absolut nichts mehr im Wege, wenn ihr das machen möchtet. Weiterer Bonus an der Sache, Kabelsalat entsteht hierbei auch nicht, denn das ist alles sauber in der eigentlichen Arbeitsplatte drin verlegt. Kabelmanagement funktioniert zwar 1A, allerdings das Nonplusultra wäre von unserer Seite noch gewesen, wenn man im Inneren das Ganze mit so ein paar Klettverschlusskabelbindern gelöst hätte. Da hätte man das noch ein bisschen sauberer lösen können, schränkt allerdings die Funktionalität jetzt im Umkehrschluss überhaupt nicht ein. Wäre einfach nur so ein kleines I-Pünktchen gewesen. Wir haben dann beim Couchmaster an den Polstern noch einige Taschen dabei für zum Beispiel Snacks. Und wenn ihr nicht gerade zocken möchtet mit eurem Couchmaster, habt ihr auch die Möglichkeit hier mit Laptop, ein bisschen Blog und Büchern ganz problemlos Homeoffice zu machen, was ja vielleicht mal nicht schlecht ist, wenn man den Arbeitsplatz einfach mal in der Wohnung auch ein bisschen wechseln kann. Weiterer kleiner Kritikpunkt, was vielleicht dem einen oder anderen aufstoßen könnte, das ist ganz klar der Preis. 180 Euro ist jetzt eine ganze Stange Geld. Dafür bekommt ihr quasi auch eine komplett Fertiglösung für eben euer Office oder euren Zockerabend auf eurem bequemen Sofa. Ja, das wäre es soweit von uns. Wie sieht es bei euch aus? Ist das Teil was für euch? Seid ihr auf der Suche nach sowas? Habt ihr vielleicht sowas schon zu Hause oder habt ihr Fragen, Anregungen oder sonst etwas zu diesem Produkt auf dem Herzen? Dann nutzt sehr gerne unter diesem Video die Kommentarfunktion. Ich bedanke mich wieder ganz recht herzlich, dass ihr heute bei uns reingeschaut habt. Und ihr wisst, wenn euch unsere Arbeit gefällt, freuen wir uns natürlich sehr über euren Support, nämlich ein Abo, da lasst einen Daumen nach oben und wenn ihr die Glocke aktiviert, denn dann verpasst ihr keines mehr unsere Testvideos und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier bei TweakPC einfach wieder.